Heim und Handwerken wird unser Thema sein in den kommenden Minuten hier bei Pöll TV, liebe Zuschauer. Und ich denke, dass der ein oder andere, der uns jetzt gerade zugeschaltet ist, vielleicht mal ein schönes Projekt verwirklichen möchte. Gerade jetzt vor Ostern, wenn vielleicht auch gerade jetzt am Ostersonntag, Ostermontag die ganze Verwandtschaft kommt, da soll der Garten gemacht sein, da soll die Terrasse ausgebessert sein, da muss vielleicht auch mal ein Stück vom Dach gemacht werden oder vielleicht auch mal im Haus etwas repariert werden. Und wir zeigen Ihnen, wie Sie es vernünftig, vor allem professionell hinbekommen, mit einem absolut zufriedenstellenden Ergebnis. Das Schöne ist, der Kollege Spengemann ist natürlich mit dabei und auch der bereitet nochmal ganz ordentlich vor. Wir haben einiges richtig Cooles vorbereitet, was die Leute draußen sicherlich sehr, sehr gut brauchen können. Das ist irgendwie wie eine Autosendung. Du stehst, machst einen guten Eindruck und ich muss hier Sachen schleppen. Irgendwas läuft hier gewaltig falsch, aber das nennen wir Teamwork und bei Teamwork fangen wir natürlich auch ganz klassisch an, an Heimwerken zu denken. Den meisten steht einer oben auf der Leiter und der andere reicht an. Das alles ist jetzt heute einfach mal möglich. Und fangen wir mal mit dem Sinnigsten an. Musik ist nicht nur beim Sport wichtig, wie mir mein Kollege letztens gebeichtet hat, als wir Laufbänder vorgestellt haben, sondern natürlich auch beim Arbeiten. Und da haben wir das Richtige für Sie, nämlich ein Baustellenradio. Und das ist nicht nur ein Baustellenradio, sondern das ist ein Outdoorradio. Und das ist ein richtig tolles Outdoorradio. Es hat ein Display, es hat vor allem schützenden Rahmen, es hat ein Radio und es spielt auch ganz klassisch schöne Musik. Beim Radio haben wir nie eine Chance in so einem abgeschirmten Fernsehstudio. Das spielt aber auch keine Rolle, denn das Schöne ist, wir haben hier verschiedenste Instrumentalien mit drin, dass Sie auch beispielsweise mal einen MP3-Spieler oder auch einfach mal ein Handy oder ein Smartphone hier mit diesem guten Stück koppeln können. Highlight bei unserem Baustellenradio ist natürlich die Tatsache, dass es unglaublich robust ist. Es ist Spritzwasser geschützt, es ist perfekt für die Baustelle, für die Werkstatt, natürlich auch mal für den Freizeitbereich, für den Baggersee, für den Strand, für das Zeltlager. Denn grundsätzlich kriegen Sie dieses Radio nicht kaputt. Egal, ob es regnet, ob es schneit, ob es sandig ist oder einfach schmuddelig und matschig ist. Hey, du hast einen Sender reingekriegt, das ist klasse, in einem abgeschirmten Fernsehstudio. Es rauscht ein bisschen, aber das liegt daran. Ich mache es mal wieder leise. Wir wollten Ihnen nur zeigen, dass das gute Stück funktioniert. Unser Fernsehstudio ist ja so abgeschirmt, dass wenn wir durch die Tür gehen, jeglicher Kontakt zur Außenwelt aufgehoben ist. Also da ist nichts mehr mit Netz. Selbst mit unseren guten Sim Valley Smartphones können uns unsere Liebsten zu Hause da nicht mehr erreichen. Denn hier um uns rum ist sehr viel Stahl und Dämmmaterial. Und das Ganze verhindert natürlich den Radioempfang. Aber Sie haben es gehört, das gute Stück hat richtig Bums. Das ist laut und das ist einfach mal richtig klasse. Und ich bin ja mal der Experte fürs Runterschmeißen, fürs Fallenlassen, fürs irgendwas. Gucken Sie mal. Kabel abziehen und einfach mitnehmen. So leicht, klein und kompakt ist das gute Stück. Und selbst wenn das auf der Baustelle mal rumrollt oder outdoor beim Camping, einfach wieder aufheben. Ja. Stecker wieder rein. Oder auch nicht. Du kannst das gute Stück also auch mit Batterie versorgen. Ich wollte jetzt natürlich... Der versaut immer die Pointen, der Kollege. Ich will nicht mehr. Ich wollte sagen, Sie können es natürlich auch mit Batterie betreiben. Aber gucken Sie, zack, es funktioniert noch. Und das finde ich besonders wichtig. Denn wenn ich ein Outdoor-Gerät habe, dann möchte ich auch outdoor haben. Hier sind klassisch Gummikanten verbaut. Gucken Sie, hier sind die verschraubt. Das heißt, der ganze Rahmen ist Schlag- und Stoßgeschütz. Hier ist der Griff. Der hat auch eine schöne Gummikante. Das macht einfach mal richtig Sinn. Sie können es entweder, wie gesagt, mit Batterie betreiben zum Camping oder einfach auf der Baustelle via Kabel oder bei sich zu Hause, da, wo Sie was bauen wollen, anschließen. Wirklich tolle Gelegenheit, einfach mal Ihre Tätigkeiten musikalisch zu untermalen. Wir haben Aux-Anschluss. Das heißt, Sie können dann natürlich Ihre persönliche Musik oder Sie können ganz klassisch Radio hören. 2,6 Kilo wiegt das gute Stück. Outdoor-Radio, Antenne, Netzteil, deutsche Anleitung und das Ganze für 37,91 Euro. Ich war letztens in einem Laden, also da, wo es all die schönen Dinge gibt. Und da hatten Sie so ein ähnliches Produkt in kleiner, weniger Wattleistung, auch nicht so gut geschützt. Und das sollte sage und schreibe 79 Euro kosten. Und da habe ich gedacht, warte mal einen Moment, wir haben ein besseres Produkt zu einem günstigeren Preis. Das sollten wir auf jeden Fall in die nächste Sendung mit reinpacken. Haben wir jetzt gemacht. Und jetzt würden wir Ihnen schon gerne das nächste vorstellen. Denn wenn Sie jetzt Ihr Handwerken musikalisch untermalen lassen, dann kommen wir meistens zu dem Punkt malen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also eigentlich zeichnen. Nämlich das klassische Aufzeichnen, wo der nächste Schnitt oder die nächste Bohrung gemacht werden soll. Da haben wir uns überlegt, packen wir Ihnen mal ein tolles, tolles Werkzeug zusammen, was nicht nur ein Kugelschreiber ist. Denn den können Sie nicht im Schreibwarengeschäft kaufen. Sondern ein toller Kugelschreiber, der auch noch, außer Schreiben, drei andere Sachen kann. Nämlich ein 4 in 1 Kugelschreiber mit Schraubenzieher, Wasserwaage und Lineal. Und das zeigt Ihnen jetzt mal mein künstlerisch begabter Kollege. So, erstmal, Moment. Drehen wir es nochmal raus, damit es auch vernünftig funktioniert. So, wo ist die Mine? Kommst du da raus? So. Die andere hier, warte mal gerade. So, das ist nämlich ein Kugelschreiber. So. Toll.tv. Das heißt, da haben wir schon mal die erste Funktion, Kugelschreiber. Das heißt, auf der Baustelle oder wenn ich irgendwo arbeiten möchte, muss ich mir immer schon mal ein bisschen was notieren. Muss vielleicht mal ein paar Längen notieren oder einfach mal ein bisschen was abzeichnen. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 hast du angesprochen. Lineal ist aufgedruckt. Bis zu 8 cm. Kann ich hier also auch mal eben schnell schauen. Das Ganze schön griffig und ordentlich gummiert. Haben wir alles mit drin. Und sogar die Wasserwagenfunktion ist hier mit dabei, dass ich mal eben schnell gucken kann. Ist das tatsächlich vernünftig ausgewogen? Kann ich weiterarbeiten oder aber auch nicht? Und das alles für 3,71 Euro liegt das gute Stück auch noch super in der Hand. Wasserwagen ist hier. Und wie würde jetzt jemand aus deinem Nachbarort sagen? Du hältst es gerade direkt da drüber. Deswegen kann ich es einfach vorlesen. Ja, gerne. U.L. aus Bonn. Das ist ja sozusagen wie euer Vorort, also wie Bremen für Hamburg. Ja, so ungefähr. Super praktisch auf Reisen. Denn wenn zum Beispiel mal der Duschkopf locker ist, oder die Schreibtischlampe, einfach schrauben. Denn so habe ich einen Schraubenzieher immer dabei. Ich finde es genau wie er. Ich finde es toll. Sie können damit schreiben, Sie können damit malen und vor allem können Sie damit auch arbeiten. Ich finde es großartig. Sollten Sie sich bestellen. So wie zum Beispiel H.H. aus Göttingen. Ja, endlich habe ich bei meinem Besuch für meinen Schwagerschwiegersohn das richtige Mitbringsel. Ein Kugelschreiber mit Inhalt. Und das ist genau der Punkt. Wir reden hier von 34 Gramm, aber der kann richtig viel. Wasserwaage, überlegen Sie das mal. Ganz einfach, bevor Sie zeichnen. Ich müsste jetzt hier einen Schnitt machen. Okay, so. Ich habe gesehen, das ist gerade. Ich messe mit der anderen Seite genau ab, gucke, okay, Finger drauf, Strich ziehen und Schnitt machen. Ganz einfach, so funktioniert das. Das ist unser 4 in 1 Kugelschreiber. Und gucken Sie mal, 3,71 Euro. Das ist mal richtig großartig, das ist toll. Und das Ganze macht einfach mal richtig Sinn. Denn meistens hat man beim Handwerken nur den Kugelschreiber und die Wasserwaage ist am Ende unten an der Leiter. Hier können Sie einfach oben mal ganz schnell nachjustieren. Ist das Bild wirklich gerade? Hat meine Frau damit recht, dass ich das Bild schief aufgehängt habe oder nicht? Alles mit diesem Kugelschreiber. Und wie U.L. aus Bonn sagt, auch gerne einfach mal schnell die Schraube nachziehen. Also, besseres Mitbringsel gibt es wirklich nicht für 3,71 Euro für jeden Handwerkerfreund. Genau, das Richtige. Dann reden wir natürlich jetzt davon, Dinge festzumachen. Also nicht mit dem Schraubenzieher, sondern Dinge, die einfach zum Beispiel gegebenenfalls geklebt werden müssten, wo Klebe aber nicht geht. Und da haben wir Folgendes für Sie. Das ist unsere Universal-Superkraftknete. Das klingt jetzt komisch, aber es funktioniert richtig großartig. Ich drehe das mir mal. So, da können Sie es sehen. AGT. Universal-Kraftknete. Und einfach die Knete. Das sieht ein bisschen aus wie dieser Sprengstoff, den man meistens aus Hollywood-Filmen kennt. Nur, es ist zwar eine Bombenwirkung, aber ehrlich gesagt nur eine klebende Wirkung. Denn wenn Sie das ausgepackt haben, müssen Sie einfach nur kneten. Und zwar das Innere. Also hier, gucken Sie mal. Das Helle mit dem Dunklen sozusagen vermischen und durchkneten. Und schon haben Sie einen Haltekleber, sag ich mal ganz einfach, der wirklich alles zusammenhält. Das ist quasi wie so ein Zwei-Komponenten-Kleber, nur dass dieser hier eben nicht flüssig ist, sondern einfach in einer etwas festeren, in so einer Art, ja ich sag mal etwas festeren Gelform zu Ihnen kommt. Und ich habe so einen, ja wie soll man sagen, so eine Kraftknete vor kurzem bei uns zu Hause zum Einsatz gebracht. Da ist nämlich eine Lampe runtergekommen in der Küche. Da hat sich einfach wahrscheinlich Bohrloch oder was ein bisschen zu klein gemacht oder von innen drin nicht richtig sauber gemacht. Auf jeden Fall hat sich der Dübel gelöst. Jetzt hatte ich ehrlich gesagt keine Lust, dann also zwei Zentimeter weiter nochmal zwei neue Bohrlöcher zu machen. Bin einfach losgezogen und habe mir diese Kraftknete besorgt. Habe sie ordentlich durchgeknetet, habe sie in das Bohrloch reingesteckt, den Dübel wieder obendrauf, die Schraube wieder rein. Hält bombenfest. Zumal wir diese Knete hier nach ungefähr 60 Sekunden komplett ausgehärtet haben. Und sie wird wirklich hart wie Stahl. Anders kann man es wirklich nicht ausdrücken. Wie Stein, wie Stahl, je nachdem, wie Sie es halten möchten. Hart wie Kruppstahl. Knete, die zu Kruppstahl wird. Sie sehen, das ist ein bisschen Arbeit, das zu verkneten. Aber das gewährleistet natürlich, dass das Produkt auch erst wirklich dann zum Einsatz kommt. Und nicht vorher schon, zum Beispiel in der Packung, schon seine Klebewirkung verliert, bevor sie es durchgeknetet haben. Sie sehen, jetzt wird aus dem Grün langsam aber sicher so ein Grün-Braun. Und da muss ich noch ein bisschen kneten und dann können wir kleben. Und da könnten wir jetzt rein theoretisch zum Beispiel mal unseren Megadeal einfach an die Decke kleben. Dann würden wir allerdings nachher Ärger kriegen, weil wenn genau das Ding noch auch... Also weil es ja nur so lange der Vorrat reicht. Also kleben wir lieber irgendwas anderes. Wir könnten zum Beispiel damit, das sehe natürlich nicht so gut aus, das mache ich jetzt gleich. Ich klebe gleich mal mit Sekundenkleber meine persönliche Lieblingstaste. Die hat nämlich vorhin unser kanadischer Kameramann einfach mal runtergeschmissen. Böser Junge. Wie, das war Philipp? Ja, da ist ein bisschen was zu Bruch gegangen. Aber dafür haben wir vielleicht dann doch gleich eher den Sekundenkleber. Diese Kraftknete, die wir hier haben, ist wirklich fantastisch zum Kleben, zum Montieren, zum Rekonstruieren, zum Abdichten und natürlich auch zum Reparieren. Dauert ungefähr 60 Minuten, bis es komplett ausgehärtet ist. Das ist natürlich elektrisch isolierend und übrigens auch bis 120 Grad hitzebeständig. Also auch durchaus in einem überschaubaren Hitzebereich wirklich hervorragend zum Einsatz zu bringen. Vielleicht nehmen Sie nicht gleich die komplette Knetmasse, können sich da auch einzelne Elemente abschneiden und den Rest wieder in die Verpackung reinpacken. Dann hält es auch sicherlich so lange, wie Sie das eigentlich haben möchten. So, zum Thema Sekundenkleber sind wir natürlich ebenfalls ganz vorne mit dabei. Warte mal eben ganz kurz. Abdichtet und repariert. Ja, aber so bitte soll das aussehen zu Hause. Und wenn das einmal ausgehärtet ist, ist das wirklich hart wie Stahl oder hart wie Stein. Jetzt einfach rein und in der Innenseite andrücken und den Rest dann ganz einfach im weichen Bereich, gucken Sie, einfach abziehen. So, das können Sie ganz einfach mit dem Finger machen oder mit dem Messer nachjustieren. Und schon hält das gute Stück bombenfest. Das heißt, selbst wenn der Sturm es umkippt, da passiert nichts, denn hier können Sie die noch lösliche Knete, gucken Sie mal, ganz einfach wieder abziehen. Dann hält das gute Stück bombenfest und hier ist dann nichts mehr, wenn es umkippt, dass der innere Topf gegebenenfalls in der Auffahrt rumfliegt. Das ist einfach wirklich ein tolles Produkt. Dann haben wir natürlich für Sie, ich habe es Ihnen eben schon gesagt, so das hält erstmal, haben wir den Sekundenkleber. Und mein Kollege repariert mir jetzt mal ganz schnell meine Lieblingstasse, denn da bin ich ein bisschen abergläubisch. Da ist der Henkel abgebrochen. Wer es jetzt war, werden wir noch klären, ob Kamera 2, unser Kanadier oder Philipp. Einer hat auf jeden Fall meine Tasse kaputt gemacht und jetzt wird sie ganz schnell repariert. Das könnten wir natürlich auch hiermit mit dem restlichen, gucken Sie mal, mit der restlichen Kraftknete machen. Aber hier nehmen wir jetzt ganz klassisch den Sekundenkleber. Denn der klebt bombenfest zum Beispiel Porzellan, Keramik, Schmuck, Glas, Kunststoffe und natürlich vieles mehr. Wir haben 20 Gramm in einer praktischen Dosierflasche und das Ganze zu 3,71 Euro. Wenn Sie mal in ein Drogeriegeschäft gehen oder in einen Bastelmarkt oder auch in einen Baumarkt und sagen, ich hätte gern Sekundenkleber, kommen Sie meistens zu einer klitzekleinen Tube und die ist dann mit einem Preis ausgezeichnet, wo Sie sagen, Moment mal, das kann ja wohl nicht ganz sein. 7,99, 8,99, 11,99 ist für maximal zum Beispiel ein oder zwei so ganz, ganz kleine Tuben ist irgendwie schon mal ganz normal. Wir bieten Ihnen jetzt an, diese tolle wirklich Klebetube, dieses große und vor allem wirklich eine große Einheit, gucken Sie mal, wie groß das Ding auf der Hand ist, das ist nicht eine klitzekleine Einheit, sondern das ist mal richtig viel. Das sind 20 Gramm, so groß ist das gute Stück, 20 Gramm ist richtig viel, da können Sie richtig viel mit verkleben für 3,71 Euro. Das bedeutet, ein Preisnachlass von 63 Prozent ist jetzt möglich in diesem Moment und da sollten Sie zugreifen, einen Sekundenkleber können Sie immer gebrauchen, da brauchen Sie auch eine Bestehung. Ich hätte das obere Teil zuerst dran machen müssen und dann das große untere. Okay, aber ich denke, das Prinzip ist klar und ich bin überrascht, wie schnell der tatsächlich anzieht, das ist Wahnsinn. Und das ist eben Qualität aus dem Hause AGT, ich kenne verschiedene Sekundenkleber, auch die gelartigen und so weiter, dass einer so schnell, so hart wird, habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Naja. Also man kann ja Dinge verschönern handwerklich, gucken Sie mal, oder man kann sie verruhlanden. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, also diese Tasse ist jetzt mal was ganz Besonderes. Die finde ich also selbst blind morgens vor dem ersten Tafel im dunklen Schneetreiben in der Küche bei Pearl wieder. Hast du ein absolutes Unikat, warum denn eigentlich nicht, oder? So, ich sag ja, man kann da sicherlich mehr Geschick für machen. Aber das hast du, meine Mutter hat immer gesagt, Kinder muss man loben, das hast du ganz toll gemacht. Ich bin das Breitschwert, nicht das Skalpell, das ist eben nun mal leider so. So, kommen wir zu unserem Werkzeugkoffer. Und auch den weiß ich mittlerweile gar nicht mehr, wie oft wir den schon verschicken durften. Das ist wirklich Top-Qualität, endlich mal zu bezahlbaren Preisen. Da ist alles drin, da ist alles dran, was man als Heimwerker braucht. Und das in der Endsumme für 123,41 Euro. Nüsse mit der passenden Ratsche, mit Adapterstücken, mit Winkelstücken, alles mit drin. Natürlich sämtliche Zangen, ein Bit-Schraubenzieher mit den passenden Bits, verschiedene Schraubenzieher, ein Cuttermesser, die Inbusschrauben, Ringmaulschlüssel, ein Engländer ist mit drin, sogar eine Kneifzange und sogar noch ein Hammer mit drin. Und das alles manierlich verpackt, da kann Ihnen auch nichts mehr durchs Auto fliegen. Sie wissen immer, wo was ist. So sieht Profi-Qualität aus. So sieht Profi-Qualität aus. Und immer wieder, wenn der Name fällt, stelle ich mir die Frage, warum heißt dieses Werkzeug Engländer? Und wenn Sie uns diese Frage beantworten können, dann schreiben Sie sie bitte an redaktion.pearl.tv. Denn, Herr Ruhland und ich würden das gerne wissen, es gibt unterschiedliche Namen dafür, aber immer wieder fällt Engländer und ich weiß nicht warum. Weil Engländer so verkniffene Typen sind? Nein. Weil sie eine Königin haben? Nein. Das passt ja irgendwie nicht. Keine Ahnung. Manche sagen auch Franzose dazu. Das wollte ich gerade sagen. Also Engländer und Franzose ist jetzt ein himmelweiter Unterschied, deswegen ich verstehe es nicht. Aber auf jeden Fall der Engländer, Franzose oder ganz klassisch die Zange zum Zudrehen, wie wir Hannover sagen, zum Zumachen ist dabei. Alles ist dabei. Das Cuttermesser gestochen scharf, lange Ersatzklinge, gucken Sie mal, das ist alles drin. Und ich finde es toll, denn ein Werkzeugkoffer, so einen klassischen Werkzeugkasten, den braucht man und den sollte man haben. Und den sollte man vor allem von einem vernünftigen, qualitativen Hersteller haben. Da kommen wir normalerweise im Baumarkt in zwei Segmente, Carsten, mal ganz ehrlich, das billige Produkt, was einem angeboten wird, als Schnäppchen zum Mitnehmen. Da ist dann irgendwann die Zange so, dass Sie sie nicht mehr anfassen wollen, weil einfach der Griff zum Beispiel sich auflöst. Oder hier oben die Kanten einfach mal stumpf werden und Sie einfach mit diesem Werkzeug keine Freude haben und damit auch nicht vernünftig arbeiten können. Oder wir reden von richtig teurer Qualität, die dann auch teuer bezahlt werden soll. Und da haben wir uns gedacht, 300, 400, 500 Euro für einen Werkzeugkasten, das möchten wir nicht. Das wollen wir nicht, dass Sie das bezahlen müssen. Deswegen bieten wir Ihnen ein wirklich teures Qualitätsprodukt zu einem einzigartigen Sonderpreis an. 123,41 Euro für diesen robusten, und hören Sie nochmal, wenn mein Kollege das da reinfallen lässt, Metallwerkzeugkasten. Fünf Fächer inklusive des 71-teiligen Werkzeugsortiments zu diesem einzigartigen Preis. 59% Preisnachlass ist der Preis, der jetzt gilt. Und gucken Sie mal, der ist handlich, der ist kompakt. Ich gehe jetzt mit dem guten Stück mal wieder spazieren. Gucken Sie mal, das ist super. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte ganz gerne hier mal ein bisschen weiterarbeiten, nehme ich das gute Stück mit, klappe es auf, nehme mein Cuttermesser und fange an, hier die restliche Kraftknete abzuschneiden. Und genau das ist der Punkt von einem guten Werkzeugkasten, Carsten. Ich habe ja alles dabei. Ich muss jetzt nicht wieder loslaufen und sagen, oh Moment, hier ist aber hinten noch eine Schraube lose. Wo habe ich den passenden Schraubenzieher? Alles ist da und das ist natürlich mal richtig super. Oder bei Nachbarn fragen, da hast du mal eben einen 6er Inbus oder hast du mal eben einen 12er Ringmaulschlüssel oder was. Ich muss doch mal eben eine Schraube oder eine Mutter festdrehen. Hier ist wirklich alles perfekt und vor allen Dingen aufgeräumt mit drin. Und ich hatte Ihnen das gerade gezeigt, wir haben natürlich auch jederzeit die Chance, hier diese einzelnen Fächer rauszunehmen. Das sind diese Kunststoffeinlagen. Schönes, großes Fach, falls Sie vielleicht auch mal ein paar Sägeblätter oder andere Geschichten, zum Beispiel mal Zollstock oder mal ein Maßband oder was mitnehmen möchten, passt hier alles noch locker rein. Bestücken Sie ihn doch bitte so, wie Sie das für richtig halten. Wie gesagt, alle Teile sind rausnehmbar. Eine perfekte Zusammenstellung für all diejenigen, die ein bisschen was zu Hause machen möchten. Hier nochmal komplett im Überblick, da möchten wir Sie mit Einzelheiten schlichtweg verschonen. Das wäre so viel, da sind wir wahrscheinlich abendfüllend mit beschäftigt. Aber es ist wirklich alles mit drin, alles mit dran und das in einer hervorragenden Qualität. Umso erstaunlicher ist der Preis, die 123,41 Euro. Was macht denn unsere Kraftknete, sag mal? Die hartet so schnell aus, dass ich jetzt eigentlich schon zu spät dran bin, die Kanten sauber zu schneiden. Denn wenn das jetzt bei uns rein theoretisch im Garten stehen würde, also Herr Ruhland und Herr Spengemann machen eine Männer-WG auf und wohnen in einer zugigen Ecke von Hamburg oder in einer windigen Ecke am Rhein in Köln, dann hätten wir natürlich folgendes Problem, dass wenn das gute Stück umfällt, dann weht es durch die Gegend. Deswegen haben wir jetzt Ihnen einfach das hier mal simuliert, damit Sie auch mal sehen, dass wir nicht immer nur reden, es härtet schnell aus, sondern das härtet richtig schnell aus. Ich habe jetzt schon Probleme mit dem wirklich scharfen Cuttermesser, die Reste von unserer Kraftknete zu entfernen. Und da bin ich froh, dass wir so ein tolles Teppich-Cutter-Messer im Werkzeugkoffer haben, denn hiermit kriege ich das sogar noch ab. Mit einem stumpfen, mit einem Nicht-Qualitätsprodukt hätte ich jetzt schon Probleme, Herr Ruhland. Richtig, genau das ist der Punkt. Also das ist wirklich absolute Top-Qualität, die wir Ihnen jetzt hier anbieten. Natürlich haben wir bitte, und da möchte ich ganz gerne nochmal eben auf die Ratschen zu sprechen kommen, wir haben ja die Halbzoll-Ratsche mit dabei, gerade für den Bereich im Werkzeug oder im Motorenbereich ist es wirklich fantastisch. Zumal wir also auch die Adapterstücke hier mit drin haben. Und bitte, wir haben sogar noch an die Zündkerzenaufsätze gedacht. Wir haben die mit 21 und wir haben die mit 16 Millimeter Aufsätze komplett mit dabei. Also wirklich Profi-Qualität für all das, was der Hobbyheimwerker und was sogar der Profi gebrauchen kann. Und das für noch nicht mal 125 Euro. Das ist wirklich mal Spitzenklasse. Aber nicht nur der Werkzeugkoffer ist ganz interessant, während mein Kollege Carsten da hinten noch die Powerknete, beziehungsweise die Kraftknete versucht dann nochmal zu entfernen. Kommen wir mal zu unserem Gürtel. Den klassischen Werkzeuggürtel. Wenn Sie früher die Sendung Tim Taylor, der Heimwerkerkönig, also Hör mal Werder Hämmert gesehen haben, dann war so ein Werkzeuggürtel, die klassische, eigentlich die sozusagen, was die Kapitänstreifen für den Flugkapitän oder den Kapitän zur See waren, war der Werkzeuggürtel ganz klassisch für den Handwerker. Sobald man einen richtigen Werkzeuggürtel hatte, hatte man es eigentlich geschafft. Und das ist genau der Punkt. Es ist ein praktisches, es ist ein tolles Produkt und es ist ein sinnvolles Produkt. Wir haben hier einen Gürtel, der erstens justierbar ist. Also gucken Sie mal, da sehen Sie es. Und vor allem zwei Taschen. Und das Schöne ist, wir haben ein Magnetfeld. Ich muss es mal anders machen. Ich mache mal, komm mal hier hin. Ich mache mal so die Hände. Ich lege mir doch mal gerade den Kummerbund um, Schatz. Das ist ja irgendwie schon wie jetzt mal, ich sage mal ganz salopp gesagt, als hätten wir wirklich eine WG. Und das Schöne ist, der ist magnetisch. Gucken Sie mal. Zack, zack. Okay, einen Kärtermesser pack ich hier nicht vor. Also nein. Nee, bitte nicht, sei so lieb. Das Schöne ist, ich kann mich hier wenigstens bewegen. Ich kann hier ordentlich was machen. Das Teil ist magnetisch. Wenn ich jetzt irgendwo mal auf der Leiter stehe, mit der einen Hand festhalten muss, mit der anderen Hand muss ich mein Werkzeug bedienen, brauche ich eine dritte Hand von jemandem, der mir das Werkzeug anreicht. Jetzt nicht mehr. Jetzt gehe ich einfach hin. Ich habe es am Werkzeuggürtel, schraube meine Dinger von mir aus fest, lege es einfach wieder dran und kann weitermachen. Natürlich haben wir im hinteren Teil also auch noch Fächer, die nicht magnetisch sind, auch mal für was zu schreiben. Oder mal hier für so ein Cuttermesser oder mal für einen Zollstock oder was auch immer Sie auf den Baustellen dabei haben. Alles immer griffbereit, das alles schön leicht und vor allen Dingen auch robust durch diese Nylon-Technik und vor allen Dingen hier bis zu einer Größe von 150 Zentimeter Bauchumfang hervorragend zu benutzen. Schönes Zubehör, würde ich mir gleich mit dazu bestellen. Ich finde es super, ich finde es einfach toll, denn das sind so Produkte, da wurde man mitgedacht. Wir haben zum Beispiel ja auch, falls es jetzt für Sie auch von Interesse ist, wir haben ganz klassischen Armbanduhrersatz, also einen Klettverschluss auch mit einer Magnetfläche. Ja. Können Sie sich natürlich im Callcenter auch nochmal beraten lassen. Das ist zum Beispiel auch super für Schrauben. Das hat man normalerweise im Mund und dann ist das Problem. Das können Sie natürlich alles mitbestellen. Können Sie zum Beispiel gucken, www.pearl.tv, da haben wir das. Dann haben wir jetzt als nächstes für Sie auch was ganz Tolles. Und das holt jetzt mal Mr. Heimwerken, also die grobe Kelle, der Mann hier. Und zwar unser Profibohrer-Bit-Set. Das haben wir hier unten. Warte mal, wir haben hier nämlich so viel für Sie vorbereitet, das ist einfach mal schier unglaublich. Ich packe das jetzt hier schon mal hin, sondern wir kommen langsam in Zeitnot, Herr Kollege. Ja, ja, ich merke das auch gerade. Ich vergaloppiere mich gerade. Wir haben uns ein bisschen viel vorgenommen für den Tag, ich merke das schon. Aber wir kriegen das natürlich alles hin. Das nehme ich schon mal weg, das brauchen wir gleich. So. Ja, und das ist es, Moment. Da ist er noch zu. Jetzt wenden wir uns nämlich mal an die Herrschaften. Nicht wieder meine Tasse vor der Schmeißen. Jetzt wenden wir uns nämlich mal an die Herrschaften, die gelegentlich mal was bohren müssen und dann immer wieder beim Nachbarn anklopfen. Nimm mal, hast du mal einen 8er Stein oder hast du mal einen 10er Holzbohrer für mich? So, das gehört in der Zukunft einfach mal der Vergangenheit an. Denn hier in diesem Koffer, insgesamt 204-teilig, ist wirklich alles drin, was Sie brauchen, um Löcher in Holz, in Metall und natürlich auch in Stein, zum Teil sogar in Beton hineinzubohren. Egal, von welcher Größe wir sprechen, hier in diesem Koffer werden Sie sie finden. Nicht nur Löcher ganz klassisch, sondern natürlich auch Löcher zum Beispiel in Kommoden, in Schränke, um Kabelkanäle zu verlegen. Dann natürlich hier alle gängigen, also die kleinsten Bohrer, die immer wieder durchbrechen, wo man immer sagt, nein, jetzt muss ich wieder in den Baumarkt fahren. Doppelt. Dann alles in der hochwertigen Qualität. Dann die klassische Schablone, umzugucken, wie groß muss es denn überhaupt sein. Das alles ist da drin. Ich finde es toll. Gucken Sie mal hin. 204 Teile für 37,91 Euro. Und da haben wir Ihnen mal einen Film vorbereitet, wie gut das alles funktioniert. Denn da ist alles drin. Wir könnten jetzt jeden einzelnen Bohrer mit Vornamen nennen, aber bei 204 Teilen ist eine Sache klar, da ist alles da drin. Und jetzt hören Sie meinen Kollegen hier, das ist nicht der Ton zu dem Film. Nein, das ist jetzt der Roland. Und wenn er sagt, er ist eigentlich eher das Schwert als das Skype hält, dann nehme ich schon mal aus Pietät und vor allem aus Sicherheitsgedanken einen Schritt Abstand und lasse mal meinen Kollegen eine Runde bohren. Da sehen Sie es. Die Bohrer sind alle drin. Und ganz einfach mit einem Akkuschrauber bohren Sie damit Löcher. Das ist das Schöne, denn alles ist da drin. Es sind Lochfräser drin. Es ist ein Schneidsenker drin. Es ist, ja, was ist, also eigentlich ist alles drin. Es ist alles drin, was du haben möchtest. Hier der Senker, den haben wir hier. Wir haben natürlich die Forstnerbohrer aufsetzt, um auch mal Kabelkanäle zu verlegen, um vielleicht auch mal einen neuen Wasserhahn oder was zu integrieren. Das alles ist hier also komplett mit dabei. Und das alles vor allen Dingen schön aufgeräumt, das ist für mich gerade das Entscheidende. Wenn du jetzt so etwas mitnimmst, mal auf eine Baustelle, mal zum Renovieren zu einem Bekannten, wenn er umgezogen ist oder mal die Möbel auseinander, um wieder zusammenzubauen oder mal ein paar Bilder an die Wand zu bringen, musst du immer schauen, krabbe ich tatsächlich das richtige Werkzeug mit dabei? Sonst musst du die Arbeit wieder unterbrechen und normalerweise ist man da immer so ein wenig in Zeitnot. Hier hast du alle gängigen Größen dabei, egal ob man von Stein, von Holz oder auch von Metall sprechen. Du kriegst überall deine Löcher rein und das wirklich in jeder gängigen Größe. Und das ist das Schöne, denn hier suchen sie nichts. Alles ist, und das ist das Schöne, an der Seite beschriftet. Das heißt, selbst wenn sie jetzt des Heimwerkens nicht unbedingt, ich sag mal, so mächtig sind und eher das Schwert statt das Skalpell sind. Also, falls Sie sagen, okay, mir ist da ein Bohrer abgebrochen, aber ich weiß nicht welchen, müssen Sie nicht in den Baumarkt gehen, um nachzukaufen. Wir haben mehrere natürlich doppelt, aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, ach, guck mal, das ist also ein 15er. Hm, interessant. So, schon wissen Sie genau, was Sie brauchen, schon sind Sie immer auf der sicheren Seite. Hier haben wir ein Set von 204 Teilen. Sehr cool. Das ist ein Preis, da sollten Sie zugreifen, 37,91 Euro. Eine Preisersparnis haben Sie gesehen, statt 69,90 Euro. Und jetzt, sagen wir es mal ganz trocken, zugreifen, denn genau das könnte bei Ihnen innerhalb von kürzester Zeit zu Hause sein. Mein Kollege räumt mal ab. Ich bringe vor allem mal meine Tasse in Sicherheit, denn wenn du hier so weiter rumrandalierst, dann ist die garantiert wieder kaputt. Ich hätte Sekundenkleber hier. Ich könnte sie wieder kleben. Ja, 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 ja. Ich habe es gesehen, wie du mit Sekundenkleber klebst. Das war das gute Stück. Jetzt kommen wir zu unserem 100-teiligen, oh, langsam krieg ich Rücken, Kollege. Langsam krieg ich Rücken. Die hört bei meinem Werke ein Stück weit dazu. Das ist eine schöne Tasche, oder? Also ich finde es toll. Gucken Sie mal. Ganz praktisch zum Mitnehmen. Und in dieser Tasche verbirgt sich was ganz Tolles. Nämlich alles das, was Sie brauchen, um nicht zu bohren, sondern um zu schrauben und um Schrauben zu ziehen. Und nicht nur das, sondern hier sind zum Beispiel auch die klassischen Schraubenzieheraufsätze dabei, die man normalerweise teuer im Baumarkt extra kaufen muss. Wir reden jetzt von Qualitätsprodukten. Und was für mich ganz wichtig ist, bei einem guten Schraubenzieher, das würde ich Ihnen jetzt gerne mal zeigen, ich nehme den kleinen Freund hier mal raus, so, und komme mal auf sie ein Stück zu. Denn das sollten Sie sich ganz genauestens mal anschauen. Gucken Sie mal. Das ist ein Griff, wie ein Griff sein muss. Dieser Griff ist so weich. Gucken Sie mal hier. Wenn Sie da mit dem Finger drüber streichen, da sehen Sie richtig, wie die Gumminoppen nachgeben. Der liegt so gut in der Hand, da rutscht nichts, da gibt nichts nach. Und das ist einfach mal, wenn Sie wirklich zum Beispiel im Hochsommer oder schweißtreibend arbeiten, ist genau das etwas, was Sie brauchen. Und da haben wir alles reingepackt, was eben genauso tolle Griffe hat, was perfekt funktioniert. Und das Ganze, wie Sie eben gesehen haben, sicher verpackt. Schau mal hier. Ich habe jetzt hier nur mal, um mal einen direkten Vergleich zu haben. Den nutzt man natürlich auch ganz gerne, um vielleicht mal die Lackdosen, die ganzen Farbdosen und so weiter aufzumachen, auch mal zu mischen. Und das hier, das ist einer von insgesamt, zwei, vier, fünf, von insgesamt zehn Feinmechaniker-Bits, beziehungsweise Schraubendreher. Damit machen Sie beispielsweise mal einen Brillenbügel wieder fest oder reparieren vielleicht auch mal im Modellbaubereich das eine oder andere oder machen vielleicht einfach mal ein Kettenglied aus einem Armband von einer Uhr raus. Also wirklich von dieser Größe hier bis hin zu dieser ganz kleinen Größe ist wirklich alles mit dabei, in allen gängigen Profilen. Sogar eine Ratsche mit den entsprechenden Bits und sogar den Nussaufsätzen, auch das haben wir noch mit integriert. Und das alles für 18,91 Euro. Ihr wollt mich doch veralbern, oder? Nee, das ist ein Preis, das ist ein Angebot, da kann keiner Nein sagen. Denn alleine dieser Koffer, den mein Kollege Ihnen eben sozusagen als Einzelteil gezeigt hat, die Feinmechanikerschraubenzieher, also die, die eigentlich für Uhrmacher und für Modellbauer wirklich äußerst interessant sind, die kosten in so einem Set gerne mal 69, 59, 59. Ist so die unterste Grenze, wo wir beim Googlen gesagt haben, okay, das ist Qualität, die ist vergleichbar. Also knapp über 50 Euro. Und jetzt überlegen Sie mal, das bekommen Sie. Und alles das, was jetzt vor uns liegt, das ist alles dabei. Von Feinmechanik, also wie mein Kollege sagen würde, Skalpell, bis hin zu Feinmechanik, Skalpell, bis hin zu dem Schottisches Breitschwert. Schottisches Breitschwert. Und vom Skalpell gehen wir sogar noch in die Endoskopie, also die klassische innere, mini, mini, mini Mikroskopie. Hier können Sie natürlich wirklich jede Schraube an der Brille nachziehen. Hier ist alles gedacht worden. Das heißt, vom ganz kleinen bis zum ganz großen Schraubenzieher und das Ganze sicher verpackt. In dieser praktischen Nylon-Kasche. Schraubenzieher wieder zu. Super. Schraubenzieher zu. Und schon haben Sie, und das ist für mich das Wichtige, wenn wir jetzt den Werkzeugkasten eben gesehen haben, Karsten, das ist ja, gucken Sie mal, vergleichen Sie das mal, den stellen Sie nicht mal eben in der Küche, in die Schublade. Das wird ein bisschen schwierig. Da müssten Sie erst in den Keller gehen. Und nehmen wir jetzt mal an, so wie Herr Ruhland und ich, wir sind jetzt in Buggingen und unser Lebensmittelpunkt ist nicht in Buggingen. Und die Dame unseres Herzens sagt, oh, die Lampe, die ist schief. Die fällt gleich runter, die muss ich festschrauben. Da muss was machen. Da macht sowas definitiv Sinn, einfach mal im Hauswirtschaftsraum zu haben, denn dann ersparen Sie sich und Ihren Liebsten einfach mal das klassische Rennen im Keller. Hier haben Sie zu dem Preis für unter 20 Euro 100 Schraubenzieher. Alles, was Sie brauchen. Also von wirklich kleiner Brille bis hin zum ganz großen Schräubchen, was bei uns meistens lose ist. Das kriegen Sie alles. Zu dem Preis sollten Sie zugreifen. Und das Ganze kommt zu Ihnen. Innerhalb von 48 Stunden, wenn Sie anrufen, 0180 51 51, dreimal die zwei. Das ist die Nummer des Callcenters. Und wenn wir schon über wirklich großartige Erfindungen und tolle Sets reden, dann reden wir jetzt von unserem persönlichen Lieblingsspielzeug, nämlich die ladbare Schrotflinte als 12 in 1 Schraubenzieher. Unser Schraubrevolver hier. Okay, die Kundenstimme zu dem 100-teiligen Z, glaube ich, können wir uns sparen. Ich glaube, da haben Sie hier eigene Meinung zu gebildet. Das, was wir Ihnen jetzt anbieten, ist wirklich fantastisch, wenn man tatsächlich mal mit mehreren Schrauben, mit unterschiedlichen Profilen oder mit unterschiedlichen Größen arbeiten möchte. Dann jedes Mal in so einen Akkuschrauber so einen Bit zu wechseln, immer wieder neu reinzuziehen, wieder auszutauschen und so weiter ist ein Riesentam-Tam. Manchmal ist es auch so, dass so ein Akkuschrauber einfach zu viel Kraft hat und so eine Schraube kaputt macht oder das Material durchdrehen würde. Und da kommen jetzt solche Geschichten ins Spiel. Zwei Trommeln mit insgesamt 12 verschiedenen Bits. Kannst du selber bestücken. Basisausstattung ist mit dabei und du hast immer den richtigen Aufsatz zur Hand. Hinten kommen die anderen 6 rein, die ich nicht brauche und vorne lade ich die, die ich brauche. Mein Kollege zeigt Ihnen mal das eine Einsatzgebiet. Ich würde Ihnen jetzt gerne aber gleich, wenn er fertig ist, mal das andere Einsatzgebiet zeigen. Denn das klassische Rennen bleibt Ihnen erspart. Gucken Sie mal. Er wechselt jetzt mal ganz schnell durch. Ohne den Schraubenzieher zu wechseln. Einfach. Und den nächsten. Nächster Aufsatz. Hoppala. Kommt mal schnell. Einen entgegen geflogen. Und den nächsten. Und das Ganze erleichtert natürlich einiges. Nämlich die klassische Sucherei, die Rennerei und gegebenenfalls die Unterbrechung der Arbeit. Und jetzt stellen Sie sich das, was mein Kollege gerade macht. Oh, meine Kaffeetasse. Vorsicht. Jetzt stellen Sie sich das, was mein Kollege macht, einfach mal in dieser luftigen Höhe vor. Genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Jetzt stehe ich hier oben und der Roland sagt, zieh mal bitte an Scheinwerfer XY da oben die Schraube nach. Oh, ja, ist klassisch. Kreuz, ich schraube. So, jetzt schraube ich. Und jetzt komme ich aber an den hinteren Bereich und plötzlich stelle ich fest, Mist, das ist aber eine ganz andere Schraube. Jetzt müsste ich rufen, Herr Roland, ich bräuchte mal bitte flach, also normal. Kann ich gerade nicht. Ich muss gerade telefonieren. Sehen Sie? Und schon müsste ich von der Leiter wieder runter. Hier habe ich die Möglichkeit einfach zu sagen, Moment mal, ich bleibe hier oben und ich suche mir den passenden Aufsatz, den ich brauche. Das heißt, hier erspare ich mir die Rennerei. Da ist er, gucken Sie, den meinte ich, alles klar. Und nachjustieren. Absolute Profi-Qualität. Unser Revolver natürlich. Hier eine Trommel vorne zum, ja, direkt einsetzen und eine weitere Trommel einfach im Griff versteckt. Natürlich passende handelsübliche Bits in der manierlichen Länge rein, sodass Sie jederzeit genau das richtige Profil für Ihren Schrauber mit dabei haben, ja. Wir haben eine Grundausstattung mit dabei, mit Kreuz und Kreuzschlitz und auch verschiedene Torque- und Inbus-Varianten. Wenn Sie andere Größen brauchen, packen Sie sie einfach mit dazu und das wirklich für ganz, ganz kleines Geld. Übrigens liegt der auch hervorragend in der Hand, wird gerne auch von den Profis bei uns bestellt. Schrauben braucht man natürlich, wenn man vielleicht Bretter oder vielleicht auch andere Elemente miteinander kombinieren möchte. und da haben wir zwei verschiedene Sets für Sie. Jawohl. Jetzt werden Sie sagen, das gibt es doch gar nicht. Der Preis ist schon eingeblendet für ein insgesamt 500-teiliges Schraubenset. Gerade mal 4,66 Euro. Das macht uns so schnell wirklich keiner mehr nach. Alle Schrauben drin, die Sie brauchen. Also, wenn jetzt gegebenenfalls mal eine Schraube rausfällt, dann haben Sie die richtige Schraube. Da sehen Sie das gute Stück. Mein Kollege klappt es einfach mal auf. Da. 500 Teile. Und jetzt gehen Sie mal im Baumarkt und kaufen Sie zum Beispiel gegebenenfalls die Schraube, die mein Kollege gerade hinlegt. Sagen Sie, ich brauche die mal. Die kriegen Sie dann in 10er Döschen, in 20er Döschen und kostet richtig Geld. Bei uns kosten 500 Schrauben und zwar Qualitätsschrauben. Schrauben, mit denen Sie wirklich gut arbeiten können. 4,66 Euro. Da sind alle Größen drin, die Sie brauchen. Alle gängigen Größen haben wir da mal reinpacken lassen und haben für Sie dieses kleine Kistchen schnüren lassen. Und das Schöne ist doch, wenn mein Kollege jetzt mal den Deckel wieder zumacht. Wir sind schon ein eingespieltes Team. Ich wollte sagen, mal kräftig schütteln und wieder hinlegt, ist immer noch alles, gucken Sie, an derselben Stelle. Und das macht für mich einfach mal ein Schraubenset in der Kiste aus. Denn hier heißt es nicht plötzlich, oh, warte mal, die gehört da drüber, die gehört da drüber. Wo ist denn jetzt die 3,5? Wo ist die 4,5? Alles ist an der richtigen Stelle. Ganz genau. Genau das ist der Punkt. Schauen Sie mal, wenn Sie jetzt mal einem Bekannten oder was beim Renovieren, beim Umzug helfen möchten. Und der braucht einfach mal ein paar Schräubchen. Kommen Sie her. Nehmen Sie sich das komplette Paket mit. Jetzt müssen Sie im Auto wirklich mal etwas scharfer bremsen. Es ist zu. Das komplette Set fliegt von mir aus einmal in den Fußraum des Beifahrers. Und trotzdem ist alles immer noch ordentlich sortiert. Sollte das leer sein, nehmen Sie doch bitte einfach das Kästchen für Knöpfe, für Medikamente, für das ein oder andere Utensil. Mein Schwiegervater nutzt das Kästchen beispielsweise für die Köder beim Angeln. Also wirklich fantastisch. Aber eigentlich ist es für Schrauben gedacht, 500 Stück für 4 Euro und 66 Cent. Sie werden für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre wahrscheinlich Ruhe haben. Gibt es aber auch noch mal in dieser Variante gelbchromatisiert für die Bereiche, die vielleicht mal feucht werden können. Gerade im Holzschraubenbereich, im Außenbereich. Hier die ganzen Gartenhäuschen oder die ganzen Zäune. Die brauchen eine etwas andere Art von Schraube. Und da haben wir sie gelbchromatisiert mit insgesamt 400 verschiedenen Teilen. Auch super. 6,56 Euro. Das sind Schrauben, die brauchen Sie auch. Das heißt, bestellen Sie am besten beide Schraubensets gleich zusammen. Denn da sind Sie auf der sicheren Seite. Knapp 10 Euro ist für 900 Schrauben. Will ich mal 900 Schrauben. Wenn du da im Baumarkt gehst und sagst, ich hätte gerne ein paar Schrauben, da stehen Sie aber mal richtig doof da und sagen, okay, das wird ein bisschen teurer als 10 Euro. Definitiv. Und insofern sind Sie auf der richtigen Seite. Jetzt ist mir gerade was runtergefahren. Halb so wild. Das Schöne ist hier, dass wir also tatsächlich hier den Flachsenkkopf haben. Bei dem 500-teiligen Set haben wir zwei verschiedene. Wir haben zweimal Kreuzschlitz als halbrund und als Flachsenkkopf und den Potsi-Drive als Flachsenkkopf. Also entweder plan mit dem Material abschließen oder eben leicht gehubbelt. Um es einfach naiv auszudrücken, hier haben wir den Flachsenkkopf. Das heißt, der Schraubenkopf wird also komplett im Material versenkt. Da kann man mit der Garderobe nicht hängen bleiben. Du tust dir nicht weh. Und das Material bleibt ebenfalls noch geschont. Und es hält. Ewig und drei Tage. P, E und dann ganz einfach. Die 46 86 569 ist die Nummer für unsere Schrauben, die Sie prämieren im Nassbereich. Also da muss man gerne feucht sozusagen. Draußen. Ja. Ja, so. So, was wir natürlich auch noch brauchen, das ist eine gewisse Handverschpaste. Ich habe ein bisschen Sekundenkleber an die Finger bekommen. Der ein oder andere kriegt ein bisschen Schmieröl von der Fahrradkette an die Finger. Öl vom Motorraum. Kraftknete. Oder die Kraftknete natürlich. Muss alles irgendwie wieder runter. Handwaschpaste ist super. Und apropos Kraftknete. Wir sind zwar jetzt bei der Handwaschpaste. Und Handwaschpaste brauchen wir Ihnen jetzt nicht zu erklären. Die müssen wir noch nicht zeigen, weil Handwaschpaste kennt jeder. Passen Sie mal auf. Hören Sie mal genau hin. Ich bin so stolz auf meine Kraftknete. Achtung. Das ist keine Murmeln. Das ist die Kraftknete. Und wenn wir jetzt mal beim Saubermachen der Kraftknete, wir sind also bei der Handwaschpaste, und bei allem anderen kann ich Ihnen noch mal eine Sache zeigen, Herr Ruhland. Ich habe hier ja gepoolt und gemacht und getan. Also unsere Frauen wären jetzt stolz auf uns. Man sieht fast nichts mehr. Und jetzt passen Sie mal auf. Ich ziehe und ziehe. Und da passiert nichts. Und das ist doch mal toll. Weil hören Sie mal, die Kraftknete hält. Und normalerweise haben wir darüber geredet, knapp 10, 15 Minuten brauchst du, bis sie perfekt ausgehärtet ist. Ja, 60 Minuten komplett. Nach so 10, 15 Minuten kannst du sie eigentlich schon gar nicht mehr großartig bearbeiten. Überleg doch mal. Jetzt springt hier schon die Murmel durch die Gegend. Das ist mal richtig super. Aber kommen wir zurück zu dem, was wir jetzt gleich machen müssen, uns nämlich die Hände werfen. Und dafür haben wir eine richtig tolle Handwaschpaste. Nicht irgendein Billigprodukt, wo man einfach sagt, das ist nur ein bisschen Seife mit ein bisschen Körnern drin, sondern hier sehen Sie sie. Caramba Handwaschpaste. Und Caramba ist ein Markenprodukt. Das ist ein Markenhersteller. Und wo Caramba drin ist, da kommt dann auch meistens Caramba, Caracho, der Dreck in der affenartigen Geschwindigkeit runter. Jetzt zeigen wir Ihnen da, wie schnell das geht. Das sind richtig dreckige, ölige Finger. Und die ist so toll, dass sie bis unter die Fingernägel geht. Das heißt, Farbe, Lack, Kunstharz. Hier klassisch die Knete, die ich jetzt eben benutze. Das komplette Programm. Das Ganze geht natürlich bombensicher runter. Und dann sehen die Hände wieder aus wie neu. Das heißt, wenn Sie eben noch gehandwerkt haben, zum Beispiel, bevor Herr Ruhland mit Frau Ruhland zum Essen geht, muss irgendwas noch schnell am Auto gemacht werden. Nehmen wir jetzt mal an, Sie sagt noch, ich gehe nur mit dir essen, wenn du endlich die Winterreifen gegen die Sommerreifen getauscht hast. Er, unseren Schlagbohrer von AEG, die Produkte haben wir Ihnen heute schon mal vorgestellt. Wenn er dann, zack, das Auto macht, dann sind die Hände dreckig vom Staub der Bremsscheibe. Das kriegt er ratzfatz wieder runter. Das ist ein tolles Produkt. Handschonend, sandloser Reiniger. Das ist einfach mal richtig großartig. Alkali und lösungsmittelfrei. Und jetzt fangen wir noch mal von ganz vorne an. Nämlich das erste Produkt. Also noch mal eine Zusammenfassung, damit Sie noch mal einen schnellen Überblick haben, was Sie definitiv bestellen müssen. Wenn Sie anrufen, 018 051 51 3 mal die 2. Die Rede ist natürlich von unserem Outdoor-Baustellenradio. Ganz einfach ein kompaktes und robustes Outdoor-Radio mit UKW-Empfang. 37,91 Euro. Ein Preisnachlass von 62 Prozent. Der ist jetzt möglich. Und da sollten Sie zugreifen, da müssen Sie zugreifen. Denn das gute Stück hält richtig was aus. Haben Sie gesehen. Deswegen bestellen Sie es sich. Und dann kommen wir ja zum filigranen Arbeiten. Und da ist mein Kollege definitiv der Experte für. Unser 4 in 1 Kugelschreiber, den wir hier für Sie haben. Eine sehr schöne, stabile Metallausführung. Schraubenzieher im Griff. Kreuzschlitz und Schlitz natürlich unter einer Schutzkappe versteckt. Eine schöne kleine Wasserwaage integriert. Und auch ein aufgedrucktes Lineal mit insgesamt 8 Zentimeter Länge. Natürlich mit Trageclip und einem geriffelten Griffstück. 14 Zentimeter lang. Ein perfektes Geschenk. Gerade also auch mal für den Hobby- und Heimwerkerbereich mit der NC5075 und der 569. Und das ist die Kraftknete, die überlasse ich dir, Carsten. Genau, denn ich war eben der Knetmeister. Und ich habe einfach mal unseren Blumentopf damit so festgeklebt, dass Wind, Wetter, Petrus, wer auch immer, den inneren Topf nie wieder aus dem äußeren Topf rauskriegt. Klebt wunderbar. Und Sie haben es gesehen, damit können Sie auch tolle Murmeln herstellen. Ich wollte Ihnen damit nämlich zeigen, wie robust und wie schnell der aushärtet. PE 4635696. 4,66 Euro für dieses tolle Produkt. Ist ein Preis, da sollten Sie zugreifen. Und wenn Sie so schön kleben möchten, wie mein Kollege auch so wirklich, ich sage mal, bis ins Detail durchdacht kleben wollen, also ein Sekundenkleber, 20 Gramm für 3,71 Euro, dann sollten Sie zugreifen. PEX70101569 ist die Bestellnummer des Sekundenklebers, mit der mein Kollege selbst einen simplen Henkel an die Tasse künstlerisch aller Designer wieder anbringt, wo jeder Kunststudent sagen würde, ach Mensch, so geht das also auch. Carsten Colani, sage ich nur. So, und das, was wir Ihnen hier nochmal zeigen, das ist unser Werkzeugkasten. Insgesamt 71 Teile, verteilt auf insgesamt 5 Fächer. Natürlich können Sie den auch nochmal mit anderem Werkzeug bestücken, aber da ist wirklich alles mit dabei. Angefangen von einem 15-teiligen Nüsse-Ratschen-Set. Dann haben wir natürlich Schraubenschlüssel mit dabei. Neuer Inbus-Set. Da haben wir Schraubzangen, da haben wir Rollgabelschlüssel, Bit-Schraubendreher und natürlich Zangen ohne Ende. Natürlich auch ein Hammer ohne Kneifzange. Das komplette Programm in Werkzeugqualität, oder in absoluter Profi-Werkzeugqualität für 123 Euro. Und ein paar Gequetschte mit der NC 3495 und der 569. Und hier sehen wir nochmal den Werkzeuggürtel. Ja, Gürtel. Der ist richtig praktisch hier. Das ist wie so der Kummerbund für den Heimwerker, oder? Ja, und vor allem eine Sache ist dabei toll. Sie müssen nichts reinstecken, sondern Sie können einfach ganz simpel das gute Stück als Magnet betrachten. Alles hält, also egal, was Sie ranhalten. Hauptsache es ist aus Metall. Und schon funktioniert das gute Stück als Werkzeuggürtel, so wie Sie ein Werkzeuggürtel kennen. Ganz einfach anzubringen und zu dem Preis, sollten Sie sich eigentlich ganz ehrlich gleich zwei bestellen. Denn das ist auch so ein Geschenk. Das kann man mal dem besten Freund schenken. Wenn er Ihnen hilft, sagen Sie, guck mal hier, habe ich für dich. Ist das nicht super? So zum Beispiel auch unser insgesamt 204-teiliges Bit- und Bohrer-Set. Glauben Sie mir, egal ob Sie ihn mit Holz, Metall oder in Stein und sogar in Beton bohren möchten, Sie werden immer den passenden Bohraufsatz bereithalten können. Das Schöne ist, dass wir natürlich auch noch verschiedene andere Geschichten haben, wie zum Beispiel hier die Inbus-Aufsätze. Wir haben die Bits in der langen Variante noch mit dabei. Wir haben die Forstner-Bohrer mit drin. Und das alles für unter 40 Euro. Vielleicht möchten Sie aber auch ein reines Schraubendreher-Set nach Hause haben. Kann man immer gebrauchen. Auch mal für lose Griffe. Man hat ständig was zu schrauben zu Hause und nie den richtigen Schraubendreher parat. Dieses Set ist 100-teilig praktisch in der Nylontasche verpackt. 14 klassische Schraubendreher, natürlich mit magnetischer Spitze. Wir haben die Ratsche und die passenden Bits und sogar die 12 Sechskanten-Nüsse als Aufsatz mit dazu. Ein schönes Präzisions-Schraubendreher-Set ist ebenfalls drin. Und das alles für gerade mal 18,91 Euro. Unfassbar der Preis. Da ist die NC5309 und die 569. Und den jungen Mann können Sie nicht bestellen. Den wollen wir nämlich behalten. Das ist unser guter Geist des Hauses. Der macht alles das heil, was wir kaputt machen. Der hätte sich vielleicht auch einfach mal um meinen Henkel an der Tasse kümmern sollen. Aber gut. Ist egal jetzt. Wir haben noch einen 12-in-1-Bit-Schraubenzieher für Sie. Und zwar mit einer Wechseltrommel. Das ist super praktisch. Sie müssen nie wieder auf der Leiter stehen. So wie er jetzt sagt, gib mir mal bitte den anderen Schraubenzieher. Da zeigt das Ihnen. Einfach wechseln, während Sie auf der Leiter stehen. 12-Bit sind dabei und ganz einfach gewechselt. Wie ein klassisches Schrotflintengewehr. Einfach durchladen und schon ist das Richtige, was Sie brauchen, vorne. Und wenn Sie einen Schraubenzieher haben, brauchen Sie natürlich auch Schrauben. Und deswegen spricht der Mann, der genau wie ich eine Schraubelose hat, jetzt einfach mal über das Schraubenset Nummer 1. Unser 500-Teilig ist hier ein wirklich perfektes Holzschraubenset. Drei Ausführungen, drei Stärken. Entweder als Halbrundkopf oder als Flachsenkopf. Also entweder ein bisschen raus aus dem Material oder Plan. Abgeschlossen mit dem Material, gerade im Möbelbereich, kommt das häufiger vor. Alles vernünftig sortiert, kann nichts mehr durchs Auto fallen oder in irgendwelchen Kisten landen. Das Ganze für deutlich unter 5 Euro mit der PE 4688 und der 569. Oder hier nochmal die gelb-chromatisierte Variante. Spezial für den Außenbereich, die Holzschrauben hier auch ruhig mal nass werden dürfen. Denn diese gelb-chromatisierung sorgt dafür, dass da nichts rosten kann. Die halten ewig für 6,56 Euro. Insgesamt 400 Teile in 11 verschiedenen Stärken. Mit der PE 4686 und der 569. Und mit der Handwaschpaste haben wir die Sendung abgeschlossen. Die zeigen wir Ihnen jetzt hier nochmal. Den Händen wäscht man sich meistens am Ende. Und Caramba nochmal ist ein Top-Markenhersteller. Das riecht nicht nach Chemie. Das ist eine wirklich tolle Handwaschpaste. Wir benutzen sie meistens dann, wenn wir hier so wie eben ein bisschen rumgehandwerkt haben. Denn die Kraftklinie geht schwer wieder runter. Aber damit geht es wunderbar. 4,66 Euro für dieses tolle Produkt. Ist einfach mal gar nichts. Saubere Hände im Handumdrehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bitte lass meine Tasse stehen. Ist doch schön geworden. So eine Tasse hat keiner. Das ist wohl wahr. Ich danke dir recht herzlich für dieses wunderschöne Design. Ich weiß eine Sache. Wer beim Lego-Spielen im Hause Ruland definitiv weiß, wo welcher Stein hingehört, das ist definitiv dein Sohn. Das ist jetzt unsere Tasse. Da hat der Engelmann drauf unterschrieben. Und das sind unsere sozusagen Goodies, die wir gerne mal an Sie verschicken. Wenn Sie... Feinlich ist es mir. Ja, das macht doch nichts. Du hast es ja absichtlich so gemacht. Aber ganz klar. Ganz klar. Und das hast du auch ganz toll gemacht. Hast du fein gemacht. Ja, hast du fein gemacht. Sie können natürlich damit auch fein heimwerken. Und das Ganze mit musikalischer Untermalung. Also rufen Sie an. 0180 51 51 3 mal die 2. Ich werde mir jetzt in diesem Becher, sozusagen in das Kunstwerk von Herrn Ruland, erstmal einen Kaffee eingießen. Und ich verstehe es bemüht. Viel Spaß beim Heimwerk. Machen Sie es gut.